hinsichtlich hätten wir das bei mir oder bei Moritz gemacht, hättest du dich in der Ecke geschmissen. Ja, das ist auch richtig. Genau so haben wir auch auf Julian eingeredet gestern. Er wollte sich erst nicht trauen und dann kam der Spruch von Moritz mit den Eiern im Internet. Achso, du weißt ja gar nicht, was ich Dings schon genug geart hab. Womit? Doch, doch, hab ich erzählt. Mit dem, dass das jetzige gemudelt hat. Achso, ja, hat er aber gar nicht. Aber ich hab's auch geglaubt, das kam schon ziemlich serious. Ja, der war ja auch gestern zickig wie so'n Seehund, alter. Stalzig wie die Nordsee, der Kerl. Der einzige Eisbomus. Was hast du denn hier für Vergleiche? Ja, als die Thüringer Würstchen, ey. Was ist das? Ganz anstrengend. Ganz anstrengend. Ich konnte das gar nicht ernst nehmen. Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Ja doch, das war super. Ich mein, komm, ihr habt da sechs Stunden gelabert. Irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Sechs Stunden gelabert, als ob wir so lange gelabert haben. Ja, natürlich, Moritz war zehn Stunden, fast elf gestern auf dem TS. Ach du Scheiße. Das passiert, wenn man studiert und absolut nichts zu tun hat. Das passiert einfach. Da siehst du mal, wie anspruchsvoll das deutsche Studium ist. Das nämlich kann. Heute müsste ich Julian abholen, ne? Bitte? Ja. Und, ja. Und, hat die Seku noch was gesagt oder hat sie sich jetzt entsalzt? Äh, ne, das war so. Sie kennen alle aber trotzdem zu mir. Und dann muss ich einfach nochmal nach Hause fallen, Julian abholen. Wie bescheuert ist das denn? Äh, keine Ahnung. Weiber. Ach, jetzt hab ich die ja. Ach, warum hab ich den Stream denn jetzt angemacht? Äh. Naja, lustig ist es sowieso. Ist Lifestealer noch in der Meta irgendwie? Nein, nein. Gar nicht, gar nicht. Ich hab Doom, Slug und Nekro. Ah, geht Nekro. Nekro, oder? Nekro ist im Moment ganz gut, also spielen wie du willst. Oh, Anonymous, Alter. Besser, Mann. Küsschen. Äh. Ah, fuck, mach ich Support. Ich nehm Litch. Oh, okay. Du musst aufpassen wegen Rubeck. Ja, dem trete ich einfach vor den Arsch. Das ist doch noch ne Ansage. Ja, das ist doch noch ne Ansage. Ja, nachher wirst du richtig. Ja, und am Ende kommen dann hier beide Refresher und dann beide Chain Frost. Ja. Ja. Okay. Ich denk so, will er mich komplett verarschen. Alter, er, er sylzt mich voll mit. Sie lädt sich gerade Dota runter und wir spielen jetzt zusammen. Ach na, ich bin ja dabei, aber. Ja, und dann sagt sie, sagen wir zu euch, kommt Dota spielen und ihr tut so, als ob ich Scheiße erzählt hätte. Ach du Highland. Ach du Highland. Ach du Highland. Ich bin der Bug-Profi. Ja. Den Koch-Profi. Kann ich auch tanzen? Ja, kann ich. Da-da-da. Dead man drifting. Prepare for battle. Nein. Ja, das kriegst du. Wenn ich, äh, ich ficke eure Zähne. Ich ficke deine Mutter. Du musst die Rune nicht nehmen, du kriegst die auch so. Du kriegst die auch so. Was? Du kriegst die Rune auch so. Ja, ja, klar. Aber. Ey, wenn er Zähne nimmt, dann kriegt er trotzdem mehr Gold. Deswegen. Ich krieg bei der ersten Rune, glaub ich, 300 oder 400 Bonus Gold. Geil. Secure die Scheiße hier. Mit deinem Leben. Ich geh dir noch ein bisschen auf den Sack. Geil. Ja, dann kannst du auch Arschlecken bauen, ne? Kannst du mich erstmal mal Arschlecken? Erstmal baust du meine Items. Junge, ich baue erstmal meine Items hier, wenn man groß ist. Oh, nerv mich nicht. Ja, ich könnte auch ein Zepter hier brauchen. Ja, ich könnte auch eins brauchen. Ja, das tut weh. Alter, im Ernst? Ja, mach mit jetzt, Nico. Komm, wir tanzen. Ja, tanzt einfach mit uns Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ach, leck. Das wird wehtun, im Ernst. Oh ja. Ich glaub mir schnell deren Rune also. Oh, jetzt bitte denk dran, Moritz. Wenn du mir die Rune abfragst, ich liebe das Gain. Da hab ich auch gepolpert. Mir egal. Ich hab schon aufgedrückt, aber... Ich weiß, du wichser bist, euch. Rotze auf die Fotze. Und schein ist noch pünktlich. Seine Freunde hat einen ganz schönen Ausdruck, ne? Ja. Ja, lass einfach so auf die Fotze. Ja. Müsst du mal ein bisschen erziehen. Ich spieg' gegen Rubik. Oh, Rubik, bitte ist ziemlich strong. Oh, Mitte, schön. Krieg ich die nicht auf die Backe. Ja, das Highland-Sound. Ah, ne. Ja. Boah. Boah, was ist das denn? Okay. Ich... Ich freu mich schon wieder an einem so ne Kacke hier. Okay. Alter. Gehst gleich drauf, ne? Ah, ist mit. Den hier! Ach, Mann. Egal, was ist das? Scheiße hier. Kacklöse. Ich glaub' wir brauchen ein paar mehr Changos. Ich mein', ich hab' sechs Stück gehabt, jetzt hab' ich nur noch vier. Ah, ich hab' drei, jetzt hab' ich gar keinen. Ja, ich hab' zwei Kacke hier. Ich hab' zwei Kacke hier. Ich hab' zwei Kacke hier. Ja, Entschuldigung. Oh. Rüber, Rena. First Blood. Ach, ich hab' zwei Kacke hier. Ich hab' zwei Kacke hier. Ja, ich hab' zwei Kacke hier. Ah, ffuck. hat halt den Vorteil, der braucht nur Level und dann hat er seine Scheiß-Ability halt und dann hat er seine Scheiß-Ability haltet. Chris Herpes am Arsch. Oh mein Gott. Ha, die Healing-Self hat ihm nicht viel gebracht. Cool. Hier, dann bittet mich der Tower zwei Jahren aus dem Nichts. Boah, unsöhnen hier. Ach, weiß ich, warum kein Mensch mehr Alchemist spielt. Scheiße, halt. Wenn er nicht spielen kann, ist das schon zu scheiße. Der ist ja nicht mal schwer, Junge, das fackt mich ja noch mehr ab. Der Rundling weiß aber leider, wie er wirklich spielen muss. Och Junge, das ist doch ein Witz. Lass es schon wieder an, wirklich. Ja, was ist das, Alter? Das kann doch nicht angehen. Ist das übrigens dein Lock hier oder? Das ist doch scheiße. Weißt du, dann hast du zehn Spiele lang nur Kacke als Gegner und jetzt kommt plötzlich einer, der es kann. Warum? Wer, wer hat sich das ausgedacht? Was ist das? Ja, fuck, ich hätte noch den Stick gehabt. Leck-O-Mio. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Ich hab noch ein bisschen... Oh, Light Ragnar... Bitte bitte bitte... Oh nein, nicht liften! Och, Junge, du Hurensohn! Wie ist dein Liften, ist denn geil? Sieh, wie ein Hassling... Oh, der kriegt Ebola... Wie gesagt... Nee, egal wo... Nee, egal wo... Hm... Jetzt ist der Wichser wieder voll HP, ich bin draußen... Ja... Wenn von irgendjeden Zeit mal da ist, bitte irgendwo Stacks machen... Lebes retten... Weil Eichel ist in meiner Situation... Lass mich bitte beide Bottle-Room nehmen... Pass auf, dass die nicht kommen... Ja, der kommt schon... Ja, soll er machen... Hm... Bitte ist jetzt halt zwei Level über mir, aber... Ich bin nur Ruzek... Was? Bist ja nur Ruzek... Ja... Ja, was soll ich machen... Gehen sind wichtig, glaube ich... Dann würde kein Fahndreger... Der Ruzek ist... Letztend gar nichts mehr... Der Ruzek macht einfach 77 Damage... Was ist das für eine Scheiße... Dann spiel mal gegen den Charme mit seinem... 115... Ist das witzig... Er flaut jetzt genau die Ability, womit ich ihn die ganze Zeit abfucke... Ja, das ist witzig... Das ist wie es mir immer geht... Ja, mit diesen nur Huchen sind... Kompletter Rage wieder hier... Stell mal vor, er wird gegen den Sniper spielen... Der weiß, was er tut... Willkommen Dota... Ich muss ihn noch hinhauen... Oh... Ist locker noch hinhauen... Ja... Hau... Das soll jetzt auf den Fixer kommen... Ist die Botte ohne meine... Und bitte ist die Botte... Bitte 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 bitte... Natürlich... Das ist zum Kotzen... Ja, ich hab dir auch gerne mitwischen... Ja, es ist... Das ist doch... 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 Ich fehlt, hab ich euch die ganze Zeit gesagt... Ja, ping mich noch mehr, Junge... Hab ich doch gesagt... Komm in TS... Oh, was, dass er noch mehr feedet... Ich bin doch nur einmal gespürt... Nee, Rubik hat jetzt schon... Was? Auch Rubik hat den Blink von Anti-Mage... Sag mir das doch... Ich dachte, das hast du gesehen... Boah, gar nicht bestimmt... Weil ich nichts anderes zu tun hab... Als eure Länge zu stalken... Ja, jetzt kann ich schreien... Das musst du... Das... Das Rack-Management... Als Mitte musst du das kennen... Ja, das war's wieder... Das war's wieder... Dann kann ich jetzt... Morden... Oh, den... Katze, ey... So geht's für jede... Wo wir die Hügel spielen... Und trotzdem... Schafft man das eigentlich... So gut, zu mir den mal... Ja, ab und zu, Junge... Ach... 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 Oh, geil! Hier unten pullt einer, und hier ist ein Camp gestackt. Ja, der gestackt das, damit Jungloads das drehen kann. Oh, können wir aber auch gebrauchen. Das ist passiv dann für einen Alchemist. Ja, das ist halt der Alchemist. Oh, shit, Mann! Ob ich fehlt? Äh, lass mal die Creepwave zurücknehmen. Ob ich fehlt. Ich hab den Healing Shive gekillt. Direkt beim Einsetzen. Rubik hat was auch immer geklaut. Ah, Shackle, alles klar. Ja. Jupp. Was, das gibt beste Alchemist von Radiants? Wollte ich dir nur sagen? Egal. Alchemist von Radiants. Ich hab's gedacht, ich hab's gedacht. Hm. Ich hab's gedacht, ne? Ich hab's gedacht, ne? Ich hab's gedacht, ne? Ich hab's gedacht. Der Heli-Tex-Gubborn ist witzig. Ja, gut. Weil mit Alchemist des Heils für zwei Helden... ...dunkel, dass der Tags-Gubborn gehen kann. ...dunkel, dass der Tags-Gubborn gehen kann. ...dunkel, dass der Tags-Gubborn gehen kann. Ach, toll, Silencers auch hier. Danke fürs Missing. Ja, hätten wir bei der Tags-Gubborn hatte ich. Ja, doch. Du kannst sagen, er tepeat. Ja, hab ich ja nicht gesehen. Hä? Ja, das hat er jetzt geschlossen. Weil er ja gerade noch da war. Der hat aber auch geschlossen, dass das... ...kau war. Hm. Oh, der ist weg. Oh, die gehen alle hier hin. Oh, was sollen sie machen? Wie sollen sie auch noch sein? Wir sind sogar schon wieder in der Haste. Wo war der Kassel im Stack? Ei, unten. Und ich hab hier oben auch einen... Ja, wo? Ich kann nicht sehen. Da, da. Doch, da ist doch ein Ward. Oh, ich hab von hier. Und unten ist auch ein Ward, wo es kein... ...Sack ist. Ja, Multi drauf. Oh mein Gott, das ist zu... Help your bottom power! Ja. Was, warum ist der... ...Wisch! Tertiue-Termin's, ne? Übige Schuss. Wich, ich hab schon guter. Ich habe jetzt auch meine Ulti, da könnten wir den auf den Sack gehen mit. Ja warte, ich fang gerade im Junger. Läuchte reinmarschieren. Ich komm, ich komm, Barton. Danke! War gar nicht mehr in der Mitte. Der meint die ganze Zeit fliss. Nein, muss ich nicht. Machst du auch nicht. Natürlich! Das einzige was, wenn ich es nicht mache, ist, wenn ich selber gankend bin. Komm schon! Wir kommen wieder in der Mitte. Ahhhh! Dangit, Dana lebt noch. Egal, ja, der kann es einbekommen. Lass mal vorhin gehen. Rubik kommt top. Doch nicht, Rubik bleibt Mitte. Sekunde, Stack. Rubik hat Death Pulse und meine Ulti gestohlen. Er kann nur eins, Junge. Dann hat er das noch vorher. Haben wir hier oben gestackt. Ja, jetzt fahre ich es gleich. Oder so, sind wir eigentlich wohl schon. Klingt halt dann. Ah, jetzt hätte ich wieder sticken können. Was ist das, oh Gott. Ein Top fehlt. Ja, aber ich würde sagen, ein Siegter fehlt. Ach, kacke Junge. Ich würde mir den Scheiß auch mal holen. Ich würde mich holen. Oh. Haben schon. Die Kombi ist echt assi. Wenn der Ranger fackt jetzt auch meine Farben ab. Meine Farben. Ah, ich würde mich nicht verlieren. Siekchen. Ich würde mich nicht verlieren. Ich würde mich nicht verlieren. Ja, Junge, bis ich jetzt mal aufladen konnte. Was ist das? Hm. Dann wird es ohne Bottled, ja. Wollen wir Top irgendwas machen? Äh, wird nicht. Ich hab ihn geholzt. Oh, der hat die Final Concoction. 10 spiel ich nie wieder in der Mitte, ey. Ja, Junge. Das war jetzt ein Experiment wert, Junge. Wenn ich keine Freiheiten wahl ab, spiel ich die wieder in der Mitte. Hm. Komisch, den geht es allen eigentlich gar nicht so gut. Ich hab leider noch keine TB. Ja, hinter dir sind noch zwei. Das ist das Problem. Sag mal, seht ihr den Rubik und den Silencer nicht? Ich hab die doch gepinkt. Was lauft ihr da noch rum? Es geht los. Ich hab meine Heimschrift, ich hab ich genug, woher ich muss mehr rauskriegen. Naja. Ah, ich mache den爆. Oh. Nein, dann. Ja, was cool ist. Beide unserer Farben beeinflusst wir gar nicht spielen, Alter. Nee, ich behalte den Farben. Okay, ist ja dein, dein. Mhm. Trotzdem. Das war eine ironische Frage. Ich hab einfach kein Papier. Ich hab einfach kein Papier. Ich hab einfach kein Papier. Hm. Warum? Er hat immer genau dann das, was er braucht, um mir auf den Sack zu gehen. Man. Warum? 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 Ich hab immer nur Scheiße, zu der Zeit, wenn ich sie brauch. Er kriegt mir da die Damage und ich bin live bei dem Rune. Ich krieg die Windranger, die mir jeden Lastig wegnimmt. Oh, ne, du so, ne? Ja, super. Okay, jetzt kommt sie wieder. Jetzt hat die Windranger wieder nichts, weil sie wegrennt. Ich hab bloß die Ränder nicht reingegangen. Ultime Waste. Ich hab kein Lastig bekommen, weil die Windranger alles wegnimmt. Oh, Mann, ist das ein Feuer für Indus. Ja. Ah, die ganze Zeit schon das zweite Mal. Das zweite Mal jetzt hintereinander. Damit hat er mich gar nicht mehr. Ah, hätte ich vielleicht auch den. Wollen wir mich da keine Witten lassen? Ich werde an die Mage kommen, Kazala. Da gehen wir jetzt auch auf. Warum? Ja, Junge. Siehst du das? Ja, ich bin wieder da. Ich bin ein scheißes Feuer. Ha ha ha. Oh fuck, im Ernst? Nee, ich hab deine Ruti nicht. Ich hab deine Ruti nicht. Aber ich hab nur gestanden. Das kommt jetzt leer. Kotz! Ich hab deine Ruti drauf und die Menschen hat keine Ruti nicht groß. Ungeee! Ah! Ich hab die Ruti nicht mehr. 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 Junge, der macht so viel Damage. Was? Das ist so ein Scheiß-Boot. Wir haben die Ruti nicht mehr. Die Ruti nicht mehr. Junge, das ist das Late-Game wie der Spiel. Der Pfad ist für 20-Games von Rubik, die wir spielen. Die Ruti nicht mehr. Das ist sehr gut. Das ist ein großer Fick oder so, oder? Ja, genau. Ja, du sagst. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Und runter. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Äh, der hat jetzt sein Zepter. Wenn er jetzt die Ulti von einem klaut. Jetzt. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Ja, das ist doch ein Domino. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Du gehst doch wieder an deinen Klingern. Nils, der alte Domino. Ja, was soll ich hier alleine machen? Wollt ihr mich verkeiern? Ich höre jetzt nichts. Ich verpiss mich gleich ab. Keine Basis. Was ist das? Du gehst doch erst in den Klingern. Dann lass dich. Bin da, bin da, bin da, Herr Böhlz. Ja, sag hier auch. Ja, kann ich nicht. Wenn ich in die Nähe komme, sind sie tot. Aber... Ja, sie steht direkt vor unserer Base. Ja, sie steht direkt vor unserer Base. Auf den Hügel! Attackieren! Ja, meine Hügel! Ja, das ist echt. Ja, die Hügel! Ja, die Hügel! Ja, die Hügel! Ja, guck dir das mal an. Was willst du da machen, Mann? Der fuckt einen nur ab. Ich hab nicht getan. Ja, das ist ja nicht. Okay. Hm. Oh, jetzt. Also, ich hatte meinen Spaß. Ich weiß nicht. Oh, jetzt komm ich, Junge. Your middle tower has fallen. Extra schöne Polnisch-Deutsch. Damit du das auch lesen kannst. Du Gott, du Gott, du Gott, du Gott, du Gott, du Gott. Wo ist Land, wo ist Land? Wo ist Land? Wo ist Land? Wo ist Land? Oh, jetzt komm der dicke von der Eichensee bis hin. Schau mal, dann komm der Stuntoflug, aber. Dann kann der Kerner mehr hinterher kommen. Und jetzt kommt Kollege O. Kihing, ne. Der, Niko, dann ist schon los. Your top tower has fallen. Du, Niko. Ja, der, Niko Ulti wär jetzt nicht verkehrt gewesen, ja. Ja, Alter, was hast du hier erwähnt? Ja, booster? Oder was willst du mir hier erzählen? Hecker, roll, hey! Ja, Alter, du und dein Booster. Ja, Alter, du und dein Booster. Nee, 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 nee. Das ist aber wirklich... Ja, Junge, ja, heu, zu viel. Hätte ich mal meinen Ragnum gebaut, dann hätte ich mich nicht fahren können. Oh, das ist doch ein Problem. Das hätte man so nix machen können. Ja, das kann ich machen. Ja, das hätte ich mir gut. Oh, das ist ein Problem. 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 Tenas Freak, er hat euch auch ganz schön aufgekillt, glaube ich. Guck mal, er weiß nur, dass du dich jetzt feierst. Ja, wir sehen uns hier. Aber das ist ein B auf und sich. Okay, okay, siehst du das? Ich hab einen Tower gepusht. Von Wunderlich. Ja, natürlich ist das auch ein B. Ich bin ja gleich wieder da, Jungs. Keine Falle, ich hab ihn ja. Ich bin mir lieber in der B. Ja, aber... Bei M2-C4 bleibt die B. Ich bin ja ein B. Die Puschlage einfach noch auf den nächsten Tower und so gewinnen wir das. Das wäre doch fützig, ne? Mach doch, das ist doch sinnlos, ey. Warum ist das denn so schnell? Weil die alles haben, was sie brauchen, die sind fett. Tja. Das ist schon traurig. Das ist mir so egal grad, Alter, ich bin so gut. Wie gesagt, ich hab die Mitte völlig verkackt. Ich hab gesagt, ich nehm's auf mich. Jetzt zugegeben. Das ist schon mehr als die Westerlinie. Das wäre mehr als die Westerlinie. Ja, ich brauch noch mal eine Haltung. Ja, ich brauch noch mal eine Haltung. Ja, ich weiß nicht, was ich hier habe. Nein, Alter, mir leckt es nicht. Ich hab das Ding, alles gut. Ich hab das Ding, alles gut. Ich hab das Ding, alles gut. Ich hab das Ding, alles gut geschesnt. Ich hab das Ding, alles gut. Wieder die Frage, warum mach ich das hier bei euch? Ja, das kommt wieder ein, der war, das ist wirklich gut, der Freund. Beyond reason, our turn to this unparalleled moment, was da nur die Power-Konten nimmt. Hättest du's mal den Alchemist machen lassen, was? Der ist nämlich schon am Reingefügen. Ich wollte grad sagen, das wär nicht so schlimm. Ja. 1, 3, 10, ne? Dann haben wir 2, 8. Ich bin auch... Das ist die Geweruptung, ne? Also... Wo kommt der denn schon wieder her? Ha, 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 ha. Also, wenn der Rubik so weiterspielt, dann könnte man auch gewinnen, ja? Wenn jetzt... Wenn jetzt wirklich mal die... Zepter langsam rauskommen... Echt? Kennen wir noch, das ist... Notiert. Ich glaub mir, das tut mehr weh als jeder andere Sheldon, die in eurem Leben gerichtet hat. Das glaub ich nicht. Glaub ich auch. Ääääh. Das schön ist, Moritz hat meine Oberarme gesehen, Alter. Moritz hat Kairz gekämpft, das ist MMA, das wird ein bisschen stoller. Du warst keiner für'n Gerücht. Also nicht professionell oder so, ne? So Amateur-Kacke, aber... Ah, stimmt. Na, Juggernaut. Ja, lass den Support auch mal farmen. War auch noch Level und Gold. Eja, ich bin gleich dran, mir das selbst zu farmen, so lange wie du brauchst. Ja, mach doch. Gib dir sowieso ganz. Sonst kannst du sehen, wo der Empfänger links ist, Alter. Ist vorbei. Guck mal, die alle im Arsch sind. Hm. Ja, er hat das Rezept geholt. Immer wieder da. Ja, ich bin doch einer, ob man die normalen sind. Ja, das kann krass. Als ob ihr gestorben seid, wo ich mit Level 14 war. Ja, ich bin doch. 08. 1.